Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Karriere von den APK Gaming Plus wieder mit mir, dem Alex. Ja, letzte Folge haben wir leider nur ein bisschen, ähm, ja, was mit Transfermäßig gemacht, weil wir ja hier im Januar sind und, äh, da viele Transferanfragen und Sachen waren, hat das auch ne, ne Folge gut gefüllt, ähm, und jetzt würde ich mal sagen, machen wir ohne weiteres großartig zu labern mal direkt ein Spiel, weil, ähm, ja, da hätte ich jetzt auch wieder Bock drauf, mal direkt ein Spiel jetzt zu machen, weil letzte Folge, wie gesagt, war halt einstellend. Ich meine, viele, kann sein, dass sie das mal von euch schon scheiße finden und nicht so mögen, aber das ist es schon irgendwie, was den, was den Karriere-Modus ja auch im Endeffekt ausmacht. Das Dealen, ich weiß, jetzt hört sich Dealen wieder richtig scheiße an mit Spielern und sowas gehört ja dazu. Das ist ja das, was diesen Modus ausmacht. Ansonsten könnte man auch gleich, ähm, einfach nur ein normales Standardspiel machen und, äh, bräuchte nicht, das zu machen. So, aufwärmen, jihau, uns hier gegen Freiburg am Start in der Bundesliga. Ähm, okay, was ist das für ein schönes Aufwärmspiel wieder mit passen, ne? Ja. Richtig geil kann ich sowas. Ah, kommt aber an. Sehr gut. So, das machen wir mal gerade, weil da hab ich gerade Bock drauf. So, machen wir mal gerade hier so. Oh, ja. So, wohin geht der nächste? Der geht da hoch. Alter, warum ändert der denn kurz vor Ende nochmal die Richtung? Alter, kann ja nicht wahr sein. Der Pfeil zeigt doch da hoch, oder? Alter, mach doch mal da hoch. Cola-Bällchen. Ah, leider geht er nicht rein. So, geht's auch nicht. Oh, Leute. Das ist aber ein schwieriges Tor. Oh, nö. Ich geh jetzt einfach nicht hin da oben. Jetzt aber. Alter, wie viel Versuch hat mich das gekostet? Fünf oder so? Ich weiß nicht. So. Ah, jetzt war's jetzt. 3000 Punkte. Weit weg von dem, was ich bräuchte. Ganz weit weg. Naja, egal. Geh mal ab ins Spiel. Und ich muss gerade mal was umstellen, dass ich auch mal den Spielzaun... Oh, Leute, hier hab ich gerade was abgeräumt. Noch nicht so einen schönen Nikolaus, den ich hier stehen hab. Abgeräumt, egal. Ähm, ich muss gerade mal mein Headset wieder anmachen, meine Kopfhörer wieder anmachen. Da ich auch den schönen, schönen Spielzaun von FIFA höre. Ja, jetzt geht doch mal an. Ich hab keinen Bock, jetzt die Kopfhörer abzusetzen. Nein. Sehr gut. Gerade mal ein bisschen runterregeln. So. Nein. Aber jetzt will auch noch mein Fernseher ausgehen, ne? Jetzt kommt ja gerade wieder alles zusammen. Perfekte Situation, um ein Gegentor zu kassieren. Wo alle möglichen anderen Sachen zusammenkommen. So, aber hier wieder alles frei und... Bam. Nice. Ribery. So will ich das haben. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Come on, lauf, Schlampe. Nein. Nein, 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 hol ihn dir, hol ihn dir. Ja, sehr gut. Lauf. Ah, das wird wieder ein richtiges Rapping-Spiel. Sehr gut. Und drin. Alter, Reverie 2-0. Yes, darf wieder geraped werden, Leute. Ah, jetzt habe ich Spaß. Ich weiß, ich bin auf Halb-Profi, aber es war trotzdem so Spaß, so keine Tore zu schießen. Ich will mal wieder so richtig eindeutig spielen, so richtig eindeutig, nicht so ein 5-0, sondern so ein richtiges 10-0, wenn man richtig nice. So eine richtige Demütigung. So, hier, so ein bisschen dahin, zack, nein. Lauf. Ah. Nein. Das war aber auch eher faul, der hat an mir rumgezogen, hä? Ja, war nix, ist klar. Aber es steht doch schon 2-0 nach 10 Spielminuten. Dante. Oh, nö. Hallo. Hallo, mein Ball. Oh, nö. Oh, nö. Nein. Alles wieder ein bisschen dumm vorgelegt hier. Boah, Dante hat es drauf, mein kleiner schwarzer Mitbürger hier. Schweinsteiger läuft hier. Das war wieder richtig scheiß Aktion grad von mir. Kann man sagen, was man will. Richtige, sinnlose scheiß Aktion. Ah, Leute, nein. Ah, komm. Und hier so hoch wieder. Ah. Nochmal runter und dann hier so ein... Boah, scheiße, da würd ich grad so einen Weitschuss machen. Und dann kriegst du mir voll rein. Es gibt überhaupt nichts, ist klar. Ja, es ist einfach logisch. Boah. Da räumt dein eigener Spieler ab, anstatt den gegnerischen. Nein. Lauf. Ah, schade. Ich versuch's dann auch mal lieber mit Weitschüssen und irgendwelchen coolen Aktionen hier. Anstatt, dass ich noch ein Schwierigkeitsgrad hochgehe und bis wieder schwimmig spielerisch schwieriger wird. Versuche ich lieber mal hier in Karriere ein bisschen gechillt zu spielen. Ein bisschen auf schöne Tore auszugehen. Und nicht unbedingt auf... Ja, auf... Ja. Und halt nicht, dass ich dann ein Schwierigkeitsgrad hochgehe, sondern lieber halt... Wie gerade schon zehnmal gesagt, weil ich einfach nur... Scheiße bin, ähm... Ja. Eben einfach hochgehen. Eben einfach schöne Tore machen. So. Haben wir wieder mich hier verarscht, oder was denn? Da kann ich mal irgendwann, äh... An Ostern aufstehen mit... So ein... Alter, nein. Ah ja, komm, der denkt aber auch, er hat's hier drauf. Boah, richtig schlappenhaft. Mal vorbeigerutscht. Und... Neuer hat ihn. Sehr gut. Das ist hier Bayern Original, was ich fast schon rei... Genau, ich will einfach nur Bayern im Original abbilden. Das ist das, was ich in der Karriere machen möchte. Geile Spielzüge und geile Tore. Und einfach absolute Domination. Absolute Domination. Das ist das, was ich zeigen will. Absolute Domination von Bayern aus. Anders ist, was anderes macht Bayern ja nicht. Ohne Scheiß, Leute. Sieben zu... Auch wenn es jetzt schon wieder ein paar Tage her ist. Ich weiß gar nicht, wann die Folge kommt. Wahrscheinlich ist es dann genau jetzt schon eine Woche her. Äh, ja. Genau, das ist der Fall. Aber, ähm... Ich nehme es hier gerade alles noch am vergangenen Sonntag auf. Am 2. Advent. Auch wenn das jetzt bei euch dann wahrscheinlich erst, ähm... Bam. Nein. Auch wenn es bei euch dann wahrscheinlich erst, ähm... Samstag. Also in 6 Tagen online kommt. Aber man muss ja auch immer, weil ja... Bisschen vorproduzieren. Wir haben ja weiterhin nur eine Game Capture-Karte im Moment. Und dann... Bietet es sich natürlich an, direkt mal ein paar Folgen hintereinander aufzunehmen. Und nochmal hier in Haken geschlagen. Und zurück. Und... Ah, scheiße, aber ich mich verstehe gerade mal draufrotzen aus einer größeren... Größeren... Etwas größeren Distanz, aber... Nee, 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 das ging nicht. Oh, nö. Komm. Alter. Lauf. Äh, und hier jetzt hinten... Oh, nö. Komm on. Lauf. Lauf, 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 lauf. Mach hin, du Nougat. Und schön hier passen, ey. Oh, nö. Na, Neger. 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 Ja, ich will nicht rassistisch sein, aber... Es rutscht mir so raus, Leute. Es tut mir leid. Liebe Mitbürger mit einem gewissen... Egal, ich sag nix mehr dazu. Ich darf einfach das Thema nicht mehr anschneiden, ne. Das wär, glaub ich, besser für unser Kanal. Sonst wird mir dieses Licht gerückt, wo wir gar nicht hinwollen, ne. Wir sind nämlich nicht rassistisch. Wir machen... Haben nur ein bisschen... Ach ja, das ist doch nur spaßmäßig. Das meinen wir ja nicht ernst. Wir wollen damit ja keinen beleidigen. Wenn wir dieses gewisse Wort, was mit N anfängt und mit gar aufhört, äh, sagen. Ähm, ja. 2-0 zur Halbzeit. Leider kein Tor mal nach der 10. Minute gemacht. Ah, das ist doch nicht so rapend, wie's gern gehabt hätte. Aber dafür müsste ich viel kaltschneutziger spielen. Und viel nicht so schöner. Sondern einfach nur wirkungsvoller. Alter, komm. Hallo. 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 Nein. Ach, komm, jetzt hallo. Boah. Boah, Junge. Bam, bitches. Lauf. Sehr gut, Reus. Ah, scheiße, Arsch hinhalten. Das können die gut, aber Tore schießen leider nicht. Boah, Junge, was für ein Schuss. Aber da hat der Torwart den gehalten. Nee, 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 ey, das geht doch gar nicht klar. Komm, Kopfball. Dann, boah, häng. Ah, Torwart wieder gehalten. Mist, Mist, Mist. Ah, da wollte ich mal ein paar coole Tore machen. Kopfball. Sehr gut. Das war Ribery. Und jetzt Ribery, angetreter Ball. Ah, Mann, heißes Tor. Sehr geil. Leute, sehr geil, ey. Wenn mal Ribery nur genug Platz lässt. Und die geile Technik dazu, ey. Angetreter Ball, schön rein, ey. Konnte der Torwart überhaupt nichts machen, ey. Auch wenn er seine Drecksgriffel da ausgestreckt hat. Konnte er überhaupt nichts machen. Ja, nein, nein, ah, komm. Und jetzt hier mal ein bisschen auf die Außen. Lauf, 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 lauf. Zack. Nein. Alter, nein. Und das nächste Tor. Alter, da war ich gerade so ein bisschen ruhiger, aber es hat schön geglaubt, ich habe versucht, mit Ribery noch ein bisschen rumzuschnuppeln, weil wir hätten selbst da machen können. Aber da war einfach Götze so frei, das wäre schon richtig heavy gewesen, wenn ich ja nicht versucht hätte, einfach rüber zu spielen. Ja, ja, 4-0, jetzt läuft's. So will ich das haben, mindestens. Mindestens will ich noch ein Tor. Lass mich mal jemand durchmachen, du Wichser. Du hast dich nicht zu wehren. Du bist ein typischer Bayern-Gegner, du hast keine... Du hast dich den Skill, um dich zu wehren. Nein. Verkackt. Aber da war ich wieder selbst dran schuld. Da habe ich zu scheiße gestanden, um den so reinmachen zu können. Ist leider so. Kopfball. Und Ribery wieder am Start, ey. Ah, schade. Wieder eine Situation von Ribery. Erstmal einfach so Bock, mit Ribery durchzurennen und seinen Tricks hinzumachen und dann versuchen, dort zu schießen, ey. So haben wir einen nice. Aber gelingt natürlich nicht immer, wie man gerade sieht. Ah, das hat sich wirklich ein bisschen kaputt machen, genau. Ah, geh hin. Ah, kacke. Abverspieler ist der Ribery nicht der Beste. Nein, 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 nein. Ah, das hat er sich richtig durchgemogelt, der Hanke. Na, das ist wie eine Sache. Da habe ich gar keinen Bock drauf, irgendwelche Gegenteure zu kassieren. Boah. Hat er noch abgefälscht, der Wichser. Oder? Das musst du gerade mal gucken. Ja, klar. Ansonsten wäre er rein. Schade. Oh, nö. Dann muss er doch, den muss er auch kriegen, ey. Komm. Was denken die, wer die sind, Mann? Die können doch eh nix. Denken die hier, die müssten rumtricksen oder was, ey? Alter, da wollte ich rüberspielen, aber es war einfach nur Fail, ey. Boah. Genau wie das, ey. Das war so. Ah ja, ich will schnell wieder in die Mitte spielen, aber. Oh, nee. Das gab es doch nicht, äh. Ich stelle mich immer näher, weil ich, hallo. Ich bin der, ich bin der, ich bin der, ich mache Gangnam Style, ey. Ey, 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 wo packt Dante Gangnam Style, ey. Läuft doch sehr schön, so will ich es haben, herr. Sehr gut. Äh, hier, passt dahin, ey. Ah, komm, Kopfball. Komm, und jetzt mache ich einen Seitenwechsel. Ja, nice. Auf Ribery natürlich. Schade, da wollte ich ein bisschen tricksen mit Ribery, aber leider an der Sekunde nicht so gut gelungen. Nein. Kopfball. Und hier, hallo Dante. Ja, sehr gut. Und hier hoch. Ah, nee, das war nicht so cool. Boah, Junge, komm, ja, nein. Geiler, äh, geiler Dropkick, aber, ach, gegen Ball, aber, naja. Ja, ja, stand da so ein Kopf im Weg. Boah, Junge. Ich will unbedingt mit Götze so ein geiles Tor machen. Guck dir das mal an, auf was für eine Distanz der Schuss voll geil fliegt, ey. Bam, Leute. So, komm. Dante. Oh, Unterkantelatte. Nein. Ah, schade. Mit Boateng auch einen Schuss zu versuchen, naja. Nicht so von Erfolg gekündigt, wie man gerade gemerkt hat. Kopfball. Button Smashing, yeah. Bah, Müllerchen. Yeah. Wie viel war's denn, 6-1 oder so, keine Ahnung. I don't fucking care, I'm just good. Jetzt wird wieder gehebt. So. Och. Ja, wird zu knapp, mit nochm Tor wird zu knapp. Vor allem, wenn die jetzt hier meinen, sie könnten irgendwas, dann wird das nix. Ah, Leute, warum denkt ihr, ihr könnt was. Gebt mich auf die Eier. Ja, jetzt ist vorbei. Oh, doch, die haben nochmal einen Einwurf. Die Wichser. Aber jetzt ist es vorbei. Okay, 6-1 gerappt. Hammer, nice. Jo, Leute, dann würde ich schon mal sagen, ähm... Ja, das war's von der Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.